Weiter geht's bei Rule of Rose. Wir müssen jetzt noch die letzte Kiste hier öffnen. Und dazu lassen wir den Brown diesen Artikel hier mal suchen. Ich will aber nicht wieder da oben hoch zu diesen Vogelfiechern. Oh, und da kommen nachher noch so schwere Gegner. Woher? So sauschwere Gegner. Ach, hier sind wir wieder. Ja, okay. Oh, Hilfe. Äh, 21. Juli 1930. Mann borgt weitere 30 Pfund von dem Konto seiner Frau. Äh, hätte ich mir das jetzt merken müssen? Äh, 30? Muss ich jetzt... Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Kann man sich das nicht mehr angucken? Mann stiehlt 60 Pfund vom Konto seiner Frau. Muss ich jetzt... Muss ich jetzt... Ach so, ich muss es jetzt abziehen und dann überlegen, wie viel sie noch drauf hat? Was ist das denn für eine Aktion? Also, hat der 90 geklaut oder was? Ich versuch das jetzt. Also, die 365... Minus 60 und 30 sind 90. Sind 275. Habe ich jetzt mal eben ganz schnell ausgerechnet. Eigentlich müsste das doch passen. Wenn nicht, weiß ich's nicht. Wenn das jetzt nicht stimmt. Zwei. Sieben. Ach, ich geh auch falsch rum. Sieben. Fünf. Ja, richtig. Allein. Ich bin. Ich bin ganz ehrlich. Das war's. 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 Das war's.